Schau nur, Diddldom, es ist Alice sowieso aus dem Irrenhaus. Die Lieblingsirre der Erzieherin. Ach ja? Wer hat die denn rausgelassen? Die machen sicher uns dafür verantwortlich. Sie braucht Medizin. Starke Medizin. Kriegt sie nichts zu essen? Wohl kaum. Ist wie ein Spatz. Ein bisschen Fleisch auf den Reppen und sie wär ein Leckerbissen. Widerwärtige, ekelhafte Pflegel. Ich hab was für eure Bäuche. Je größer sie sind, desto härter fallen sie. Erspare mir die Weisheiten. Was rätst du mir? Nutze ihre Größe gegen sie. Man merkt, ich bin fast tot. Und ich hoffe, die haben keinen Fernkampf. Ja, alles gut. Ja, die haben keinen Fernkampf, ne? Ja, verfickte Granaten. Ah, was ist mit dir los? Fängst du an zu fliegen? War auch damit fettig. Fettig, Karotig. Wäääh. Alter, warum sind es auf einmal vier? Wöbuum. BOOM! Alles muss zerstört werden. Der letzte Safe Point. Wenn man dieses Spiel auf Albtraum spielt und nicht schnell speichert, ist man sowas von im Arsch. Oh, ja, ich hab dich auch nie. Komm, ist mir jetzt auch egal. Ja, ich hab's geschafft. Danke dafür. Ah, save. Doof anstellen. Jump. Mein Gott, ich hab keinen Bock auf das Krankenblödsinn. Schau nur, Diddle-Dum, es ist Alice sowieso aus dem Irrenhaus. Die Lieblingsirre der Erzieherin. Ach ja? Wer hat die denn rausgelassen? Die machen sicher uns dafür verantwortlich. Sie braucht Medizin? Starke Medizin? Kriegt sie nichts zu essen? Wohl kaum. Ist wie ein Spatz. Ein bisschen Fleisch auf den Rippen und sie wäre ein Leckerbiss. Ja, ja, wir kennen das Alice. Ist alles völlig egal. Je größer sie sind, desto härter fallen sie. Ja, schau. Sparen mir die Weisheiten. Was rätst du mir? Nutze ihre Größe gegen sie. So. Ja, wie viele Ohren. Oh, die gehen nicht kaputt. Ähm, okay. Nutze ihre Größe gegen sie. Oh, oh. Ja, ich hab keine Meta-Energie. Komm, du sollst fallen. Verdammt. Wieso sind das jetzt? Das werden immer mehr. Irgendwie hab ich ein mächtiges Problem mit diesen Wieschen. Ein mächtiges Problem. Hm, ich krieg immer random Besuch. Langsam hängt mich hier alles auf. Diese Musiker. Den. Ja, ja. Falt. Gibt's ne andere Waffe, die praktischer sein könnte? Zum Beispiel das. Du, 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 du. Ja, das ist schon ziemlich. Was ist los? Ist das immer bei mir die Tür offen. Das ist ja gut. Alles herrlich. Viel Sinn. Aber ich weiß nicht, was ich hier mir noch tun soll, denn die Batschen verteilen auch gut. Die vermehren sich immer, das ist dumm. Nicht so einfach. Ja, Karnate werfen und so weiter und so fort. Ja, das kennen wir aber schon. Eigentlich muss ich die ganze Zeit nur hin und her laufen. Ja! Ist doch egal, dass ich mich gerade noch geheilt habe, wie ein Schaden soll ich denn noch aufnehmen? Das Spiel ist sowas wie dermaßen. Ich weiß nicht, was soll ich mir damit sagen? Nutze ihre Größe gegen sie. Ja, sie müssen... ...von oben fallen. Das würde Sinn machen, aber die kriegen dadurch ja... ...ähhh, kein Schaden! Ich kann den nicht treffen? Während sie sich vermehren? Oh, Cops. Oh, Cops. Hm? Es ist so wahnsinnig. Es ist so wahnsinnig. Es ist so wahnsinnig. Es ist so wahnsinnig. Und es ist so wahnsinnig. Oh! Nöte! Absperr! Ja, schief lag! Alles klar! Ich hab dich gefragt mit den Pompeln, was wir hier haben! Nöte! 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 Das ist einfach so, dass ich mich jetzt nicht stelle, ob wir jetzt eine Katze suchen würden. Weiterhin geschieht. Sollte die Kroge und die Kroge. Die Fäden von euch zu Ende. 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 Das Kleine ist einfach gesellschaftlich. Bestimmt nicht. Die Schilder werden mit der Schilder-Berwege gesucht. Die Schilder werden mit der Schilder-Berwege gesucht. Ich schenke mich die einzige, logische, die einzige, die passende, um Gottes zu sein. So ein bisschen kommt. Ich habe ja das Gefühl, sie werden dadurch klein. Oh, natürlich auch bei uns. Oh Gott. Ich glaube, ich versuche das jetzt noch ein paar Mal, aber ich mache glaube ich jetzt gerade mal einen kleinen Cut. Weil gerade das ist einfach mächtig, deftig, viel. Da komme ich gerade nicht weiter. Bis zum nächsten Mal. Da muss ich hier nochmal speichern. Ich habe keine Speicherte. Oh, ich kann gerade nicht speichern. Welch EDT? Verdammt. Was? Wie ist das so? Ich weiß doch. Jetzt habe ich schon gespeichert. Kann ich das so machen? Ja, so blöd das hier vielleicht auch ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.